So, Freunde, ich habe mir hier schon mal drei Teststreifen zurechtgelegt, denn heute möchte ich auch noch mal ein bisschen über Baccarat Rouge sprechen. Denn es gibt ja so einen oder zwei Düfte, die ähnlich riechen wie Baccarat Rouge. Da wollte ich einfach mal jetzt zwei Alternativen zeigen und mit euch zusammen entdecken, wo so die Unterschiede von diesen Alternativen liegen. Ich habe mir jetzt nur das Extre de Parfum geholt. Ich finde, dass das Extre de Parfum... Nee, ich meine nicht Eurodion. Also Eurodion habe ich auch dabei tatsächlich. Wir können auch gleich mal riechen, so zum Vergleich einfach, ja, um zu sehen, wie so die Unterschiede sind. Ich habe ja schon ein bisschen drüber gesprochen, aber ich lasse den mal hier stehen, dass wir gleich auch noch mal drüber sprechen. Aber ich würde ihn jetzt nicht als echte Alternative, sage ich jetzt mal, sehen. Also ich glaube halt, wie gesagt, und da stehe ich auch hinter, dass der für 100 Euro, ist das völlig okay. Also, weil ich sehe auch immer, schau, die Leute kommen manchmal an und sagen dann so, wie kannst du sagen, dass der Justin-Duft für 100 Euro ein guter Deal ist? So, weil auf einen Milliliterpreis gerechnet, das sind ja nur 50 Milliliter, ist das ungefähr so viel wie ein Dior-Duft. Dior ist ja auch 200 Euro, die 100 Milliliter und da muss man natürlich dann auch irgendwie so den Vergleich ziehen. Aber ganz ehrlich, Freunde, ich sehe auch immer die Einstiegshürde, die es gibt. Weil, honestly, einen Duft zu kaufen für 100 Euro, den du jetzt nicht jeden Tag trägst, klar, wenn du das jetzt jeden Tag trägst, dass es für dich wirklich Sinn macht, auf den Preis zu achten, auf den Milliliterpreis. Da muss man auf jeden Fall den Vergleich ziehen, aber für die meisten Leute ist es einfach nicht relevant. Die würden dann halt 100 Euro ausgeben, den Duft halt hin und wieder mal tragen, weil es sich halt dann auch special anfühlt. Und das war's. Und deshalb, finde ich, muss man auch immer, ja, die Einstiegshürde sehen. Und deshalb, für mich, Einstiegshürde bei Eurodion relativ niedrig, mit 100 Euro. Und das finde ich einfach, finde ich einfach dann auch okay für den Preis. Und, ähm, du, ganz ehrlich, Sandro, technisch gesehen ist es ein Nischenduft, weil es halt eine separate Marke ist. Wäre es jetzt Peso, wäre es kein Nischenduft, dann wäre es ein Designerduft, so, technisch gesehen. Aber es ist halt eine Parfummarke, die separat erstellt worden ist. Man kann jetzt natürlich drüber sprechen, die Definition von Nische ist ganz einfach. Düfte, die, also, wenn Parfum von Häusern hergestellt wird, die sich hauptsächlich auf Parfum konzentrieren. Ursprünglich kam die Definition ja von, also, Designer versus Nische, ja. Designer waren alle die, wie Louis Vuitton, Armani, Tom Ford, die einfach auch andere Sachen machen und hauptsächlich Klamotten erstellen. Und für die Parfum dann eben rauskommt, als Begleitung zu ihren Klamotten. So, und das ist eben bei Eurodion anders. Und man muss auch ganz ehrlich drüber sprechen, von den ganzen Umsatzzahlen her wird Eurodion auch kein Mainstream-Duft sein. Das kann ich euch ganz ehrlich sagen, weil wenn ihr euch einfach mal so Yves Saint Laurent oder so anschaut, oder es muss nicht Yves Saint Laurent sein. Du kannst auch einfach Hugo Boss nehmen, als deutschen Vergleich, ja. Die machen Faktor 10, Faktor 15, Faktor 20 oder I don't know, noch viel mehr Umsatz als so ein Eurodion. Und deshalb ist es natürlich immer noch Nische, weil es halt einfach ein sehr, sehr kleiner, ein sehr, sehr kleiner Bereich ist. Und das ist halt für mich die Definition. Aber darum soll es jetzt auch nicht gehen. Die Düfte, über die ich heute sprechen möchte, sind auf der einen Seite erstmal das Extrait de Parfum von Baccarat Rouge. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Eurodion Parfum nicht sehr anders. Ich finde das Extrait de Parfum ein bisschen süßer. Es ist auch nicht so, also es bleibt länger auf der Haut, aber es ist nicht so stark wahrnehmbar um einen herum, was manchem gefallen wird. Und das ist wirklich auch sehr, sehr teuer. Genau, das schreibt ja irgendwann Zitronentee. Also ich glaube, original kostet das Extrait de Parfum für 50ml 300 Euro oder so. Kann das sein? Also schon relativ viel Asche. Und ich habe jetzt aber wirklich nur das hier, weil ich hatte jetzt keinen Bock noch, dass das Eurodion Parfum mit 310 schreiben die Leute. Genau. Deshalb das auf jeden Fall schon mal so als Rahmenbedingungen. Ich finde das Eurodion Parfum nicht besonders anders. So, dann haben wir hier noch Spirito Fiorentino. Das ist ein Duft von Tiziana Terenzi, der häufig mit Baccarat Rouge verglichen wird und der, glaube ich, auch deutlich günstiger ist. Ich müsste jetzt gleich mal nachschauen, was der Lachs hier kostet. Vielen Dank übrigens an Herbert, dass er mir den zugeschickt hat. Und jetzt sehe ich ja auch schon die Ledernote in Spirito Fiorentino. Ja, dazu werden wir gleich kommen, wo die Unterschiede liegen. Weil letztens meinte noch mal jemand in den Kommentaren zu mir, dass bei Spirito Fiorentino, dass der Duft irgendwie zu 99% gleich riecht wie Baccarat Rouge. Und das finde ich nicht. Ja, das finde ich wirklich nicht, weil da wirklich Unterschiede sind. Und wie der Les Samurai schon geschrieben hat, gerade im Chat, die Ledernote ist da auf jeden Fall präsent. Ja, und darüber werden wir auch gleich sprechen. Der dritte, ja, bevor ich ihn aufsprühe, wollte ich ihn euch natürlich noch zeigen, ist der Ishk von Anfas. Auch vielen Dank an Herbert fürs Zuschicken. Das ist ein sehr, sehr besonderer Duft. Den trage ich auch heute, weil ich ihn extrem, extrem, extrem gut gemacht finde. Und hier ist das Besondere, das ist quasi wie Baccarat Rouge, nur noch mit extra Erdbeere. Also hier ist Erdbeere mit drin. Es hat auch so gewisse, gewisse Momente von dem Abapura, finde ich, oder von dem Accento. Also so ein bisschen, wie der Duft gemacht ist. Dieses leicht pudrige und so ein bisschen, ja, vielleicht auch so ein bisschen feminine. Ich weiß nicht, ob ich es so sagen sollte, aber in diese Richtung würde ich es beschreiben. Ja, jetzt wird hier gesagt, zeig doch bitte nochmal die Flakons. Das ist eine extrem gute Idee, weil die nämlich alle ein rotes Element drin haben, was ich ganz geil finde, ja. Also da sieht man vielleicht die Parallele zu Baccarat Rouge. Nettes Stuntnail, genau. Also einmal den Anfas, äh, den Ishk-Anfas, den Spirito Fiorentino. Und dann zu guter Letzt natürlich das Original Baccarat Rouge Extrait de Parfum. Dann kommen wir jetzt mal zum Vergleich, ja. Also jetzt geht es wirklich ins Eingemachte. Erstmal Baccarat Rouge hat, glaube ich, mehr Duftnotenwechsel gehabt, als alles andere, was ich jemals, was ich jemals getestet habe, ja. Also wir können gerne mal schauen. Ich weiß auch nicht, ob ich mich nicht, nicht einfach täusche, aber ganz ehrlich, Freunde, ich meine mich zu erinnern, dass das nicht immer hier so drin stand, ne. Also Jasminum, Grandiflorum, Safran, marokkanische Bittermandel, Moschus, Ambra. Also das stand nicht immer da, finde ich. Also vielleicht, vielleicht erinnere ich mich auch nicht, nicht, äh, an alles, aber ich finde das, das roch nicht immer so. Ja, das stand nicht immer da. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, die haben das da öfter mal so ein bisschen, so ein bisschen angepasst. Für mich ist es aber in erster Linie wirklich ein sehr, sehr starker Safran-Duft. Also ich rieche Safran hier sehr deutlich raus, als Gewürz, was da mit drin ist. Und dann eben, ja, mit so einer leichten, mit so einer leicht süßlichen Mandelnote, also so ein bisschen was Marzipan-Karamelliges. Und die gesamte Duftwolke, die man hinter sich herzieht, ist bei Baccarat Rouge einfach so ein sehr, sehr süßliches, spritziges Ding. Ich finde, der hat auch gewisse Moschus-Momente. Also man hätte ihn auch locker in meinem Top-10-Moschus-Düfte-Video reinbringen können, weil es so eine pudrige Note hat. Und diese süße, pudrige DNA, also diese Wolke, die man hinter sich herzieht, ist einfach das, was diesem Duft sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viele Komplimente einbringt. Und ich glaube, es gibt kaum einen Duft, der, der so weit bekannt ist bei den Leuten und so beliebt auch ist bei Männlein und Weiblein. Natürlich haben wir Creed Aventus noch da, aber ich glaube, Baccarat Rouge ist auch fast schon so ein bisschen an Creed Aventus dran, so von dem Hype-Faktor her. Zumindest so hier in Deutschland. Also Baccarat Rouge hat wirklich sehr, sehr viel, sehr, sehr viel erlebt und wird auch jetzt, wenn du dir das anschaust, bei MFK immer so auch als Weihnachtsduft promotet. Also die hauen da wirklich regelmäßig richtig aufs Gesicht, was die Werbung angeht von dem Duft. Und das ist für die auch, glaube ich, einer der erfolgreichsten, die es überhaupt gab. Also das ist für mich so der Punkt, ne? Süßliche Mandel, so ein bisschen Marzipan, karamellig und dann eben mit dieser sehr, sehr deutlichen Safran-Note, was ihn extrem würzig macht. Okay, es ist eine Christmas-Edition rausgekommen. Da weiß ich ehrlich gesagt noch nichts von. Ich habe mir das noch nicht genau angeschaut, aber ich sehe halt immer so, wenn ich durch Instagram scrolle, sehe ich hin und wieder die Werbung. Das ist halt so der Punkt. So, Spirito Fiorentino von Tiziana Terrenzi. Der erste, den ich auch wirklich getestet habe, so als Vergleich. Für mich was komplett anderes. Ja? Also klar, wenn man die jetzt so für sich riecht, also egal bei welchem von den dreien das jetzt der Fall ist, also wenn ich die jetzt irgendwie so für mich selber rieche und vielleicht Baccarat Rouge mal so vor zwei Monaten oder so gerochen habe oder vor zwei Wochen, dann ist es so, dass man direkt sich daran erinnert fühlt. Weil hier nämlich auch Safran drin ist. Ich kann auch gerne mal schauen bei dem Spirito Fiorentino, was da für Duftnoten stehen. Ja, hier steht es. Genau, also wir haben italienischer Safran. Tada! Jasmin! Tada! Ambra! Tada! Moschus! Also vieles von dem, können wir mal zurückgehen, was hier halt eben auch steht, ne? Safran, Jasmin, Mandel, Moschus, Ambra, bla bla bla. Aber ich finde, der Unterschied ist sehr, sehr deutlich, dass der Spirito Fiorentino in erster Linie ein Lederduft ist. Also und diese Ledernote fast schon so ein bisschen in so eine Richtung von so einem plastikartigen Leder geht. Also als hätte ich jetzt quasi so eine Tasche, die einfach, also stell dir mal vor, ich kaufe jetzt eine Tasche und die Tasche ist aus irgendeinem Grund, ist die halt in so Plastikfolie eingelassen. Ja, oder keine Ahnung, ich kaufe mir Lederhandschuhe und die Lederhandschuhe sind in so einer Plastiktüte drin. Und dieser Mix aus dieser Plastiknote mit dem Leder, das ist so das, was ich hier in erster Linie rieche. Und dann aber natürlich die Duftwolke genauso lecker Bittermandel mäßig. Was aber sehr nice ist, ist, dass er, finde ich, deutlich maskuliner ist. Also wenn du jetzt ein Mann bist und du findest Baccaroche ein bisschen zu süß und möchtest dich nicht mit so ganz so einem süßen Ding irgendwie so umgeben, dann Spirito Fiorentino auf jeden Fall deutlich, deutlich maskuliner, finde ich. Und ich weiß auch nicht, ob ich den als Dame unbedingt so tragen würde. Was ich auch nicht 100% sagen kann, ist, wie der sich auf der Haut jetzt so riecht. Also ich habe jetzt niemanden gefragt, hey, rieche ich nach Fetischclub? Weil die Vibes, also nicht, dass ich jetzt wüsste, wie Fetischclub riecht, aber ihr versteht, was ich meine. Also dieses Plastik-Leder-Ding, das ist schon so ein bisschen, dass man sich denkt so, hm, what is this? Was mich auch freut, ist so die Flakon-Qualität. Also die Kappe hier bei Tiziana Terence immer sehr, sehr schwer und heftig. Auch mit diesem Mondphasen-Ding eingelassen, das finde ich einfach extrem nice bei denen. Und der rote Flakon hat hier vorne auch nochmal so ein Lederpatch drauf, passend zu der Duft-DNA. Also sehr, sehr schöner Flakon, finde ich. Und auch ehrlich gesagt fast schon so ein bisschen besser. Klar, wenn du das extra, wenn du das Eau de Parfum hast, da ist ja dann so ein Papierding, glaube ich, vorne drauf. Das ist nochmal so ein bisschen, dass ich mir denke, hola, hätte man schon ein bisschen noch mehr investieren können. Aber fast noch schöner, finde ich, als den, selbst als das extrae Parfum, ja, für deutlich weniger Geld, wenn man sich das anschaut. Die Leute haben eben hier geschrieben, 280 kostet der, aber das sind 100 Milliliter, ja. Also 100 Milliliter versus 50. Deutlicher, deutlicher Preisunterschied. Und ich finde, genauso bei Orion war das ja auch so. Orion fand ich auch so geil von Terence, weil der halt für den Preis einfach extrem viel, extrem viel richtig gemacht hat. So verglichen mit Creed Aventus ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und auch der Kyu-Kai fand ich nice. Der hatte zwar jetzt bei mir am Ende nicht mehr so die geile Haltbarkeit. Also ich habe den noch ein, zwei Mal auf der Haut getragen. Dachte mir so, mh, Kyu-Kai irgendwie nicht so, nicht so doll am Start. Also war sehr schnell wieder weg. Hat zwar am Anfang super viele Komplimente gebracht, aber dann sehr, sehr schnell, sehr, sehr schnell wieder weg. Ja, stimmt. Es kann sein, dass das 75 sind oder 70. Ja, gut. Aber trotzdem, Mann. Also 70 Milliliter 310 Euro versus 100 Milliliter 280 Euro ist schon nochmal ein deutlicher Unterschied, wenn man jetzt den Milliliterpreisrand zieht. Okay, natürlich auch noch von der Einstiegshürde her. Gut, der Anfass, was mir, ich sage es euch ganz ehrlich, Freunde, der Anfass gefällt mir am aller, allerbesten. Ja, erstens von der gesamten Aufmachung her. Ich habe das letztes Mal schon gezeigt, du hast hier einen richtig, richtig massiven Glasflakon, also so ein Drittel von dieser, von dieser Wand ungefähr, von diesem, von dieser Grundfläche hier ungefähr ist halt einfach mal Wand von dem Flakon. Das heißt, das Ding ist richtig, richtig schwer. Und hier oben die Kappe auch komplett, glaube ich, aus Messing. Also die hat auch nochmal, ich kann das hier mal so ein bisschen fallen lassen, also wirklich auch viel Gewicht an sich. Und das ganze Ding, auch mit diesem Wachsding oder Plastik, was hier eingelassen ist, sehr, 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 sehr nice. Und Maichi schreibt, mir irgendwie geht es vielen so, mir auch, dass die von Baccaro schlecht, dass die den Baccaro schlecht wahrnehmen und schnell ausblenden, so duftblindheitstechnisch. Das habe ich ehrlich gesagt auch gemerkt. Also bei dem Original, wenn ich das jetzt auf dem Teststreifen habe, ist es bei mir sehr, sehr viel weniger. Also es ist weniger intensiv, das Original, als der Spirito Fiorentino. Einfach, weil diese Ledernote nicht da ist und ich den auch so jetzt nicht so deutlich wahrnehme. Also mit der Duftblindheit, das ist auf jeden Fall ein Argument, was man sich durch den Kopf gehen lassen sollte. Also ich finde, dass es bei beiden vergleichbaren Düften nicht so stark ist. Aber ja, Anfass auf jeden Fall. Papier und Haut kann man nicht vergleichen, ja Sandro, aber letzten Endes ist Papier die einzige Möglichkeit, wie du den Duft wirklich, wirklich, wirklich bewerten und vergleichen kannst. Weil die Hautchemie da so einen großen Unterschied macht. Du kannst nur Papier nehmen, um Düfte zu vergleichen miteinander, nicht Haut. Das ist halt so. Weil was auf meiner Haut anders riecht, was auf meiner Haut besser riecht, muss nicht auf deiner Haut besser riechen. Das ist halt der Punkt. Deshalb immer Papier nehmen. Jo, Anfass, also Ischk von Anfass für mich der, der am meisten von Baccarat Rouge entfernt ist, weil er erstmal eine sehr, sehr schöne Erdbeernote hat. Ich habe das gerade eben schon gesagt, er hat so eine gewisse Parallele zu dem Sershov La Capitale, das war ja auch ein Erdbeerduft. Und natürlich hast du hier auch, also wir haben es ja eben schon gesehen, Jasmin, Safran, Amper, Eichenmus, also den ganzen Bums wie vorher auch. Aber ich finde ihn deutlich, deutlich fruchtiger. Ja, was heißt Vergleich mit La Capitale, diese Erdbeernote ist halt gleich, das wollte ich sagen. Also es ist jetzt nicht, dass es irgendwie gleich riecht, aber die Erdbeernote ist schon in beiden Düften drin und ich glaube, wenn du Erdbeeren magst als Duftnote, dann ist das auf jeden Fall eine gute Wahl. Ja, aber diese Erdbeere trifft schon sehr, sehr deutlich, geht schon sehr, sehr deutlich hervor daraus. Und ich finde auch, wie ich habe es ja eben schon gesagt, dass er eine gewisse Ähnlichkeit zu Accento oder Erba Pura hat, die ja auch sehr fruchtig waren und dann mit diesem Moschus-Ding hinten drin, also diesem leicht pudrigen Ding, eine sehr schöne, eine sehr schöne Duftkomposition ergeben haben. Und hier ist es aber so, der Ischke fällt mir tatsächlich besser. Also die anderen beiden, Erba Pura und Dings, mochte ich nicht so sehr, Accento, weil mir das irgendwie ein bisschen zu pudrig war. Und hier ist es ausgeglichen, habe ich das Gefühl. Also mehr so von diesem Erdbeerding und mehr Gewürze und sowas alles. Und der Ischke ist ein sehr, sehr schöner Duft. Also ich glaube, wenn ich das jetzt auch vergleichen müsste, ja, Ranking-mäßig wäre das hier bei mir auf der Nummer 1, dann wahrscheinlich der Original Baccarat Rouge auf Nummer 2, auf Platz Nummer 2 und dann der Spirito Fiorentino auf Platz Nummer 3. Also für mich persönlich, ja, wenn ich jetzt ein Ranking aufstellen müsste. Aber Ischke wirklich sehr, sehr deutlich auf Platz Nummer 1, weil es für mich von der DNA her am besten wirkt. Also da noch Erdbeere mit reinzupacken, halte ich für eine sehr, sehr geile Idee. Und es ist vor allen Dingen auch nicht so, dass man sich jetzt denkt, holla, es wird noch irgendwie viel, ne, der riecht nicht weiblich, genau, Mai G. Wir sind heute voll auf einer, voll auf derselben Wellenlänge, merkst du das? Geil. Ne, 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 ähm, der ist nicht weiblicher und ich finde ihn auch nicht zu süß. Also man würde jetzt denken, okay, wenn man Baccarat Rouge kennt, da noch Erdbeere mit drin, das muss bestimmt irgendwie mega süß sein. Ist er aber gar nicht, ne? Sondern es ist eher so dieses pudrige, pudrige, fruchtige Ding, dann eben mit Safran und was ich hier auch ganz spannend finde, der riecht am Anfang gar nicht so deutlich wie Baccarat Rouge und das ist eher so im Drydown, dass man merkt, dass der gewisse Ähnlichkeiten hat. Also im Drydown merkst du dann irgendwie so, hm, irgendwie habe ich doch, irgendwie habe ich doch gar nicht Baccarat Rouge aufgesprüht, denkt man sich dann. Aber das ist, das hat halt damit zu tun, dass der am Anfang anders riecht durch diese Erdbeerenote und dann sobald es so ein bisschen weg geht, wird der dann eher nicht wie Baccarat Rouge. Also sehr, sehr spannende Komposition, wie ich finde. So und jetzt können wir gerne zum Abschluss nochmal, einfach nur weil wir lustig sind, natürlich auch nochmal den Orodion riechen. Nur mal so zum Vergleich, ja, weil die Leute gefragt haben. Ich bleibe dabei, was ich sage, ne? Also ich finde den deutlich, deutlich dunkler als den Baccarat Rouge. Ich finde ihn deutlich würziger, also er hat viel mehr von diesem Safran-Ding noch und nicht von dieser Süße. Sehr spannend, sehr spannend. Jetzt im AB-Test würde ich die vielleicht gar nicht so, ist wieder dasselbe, ne? Also ich würde die, glaube ich, gar nicht so ähnlich miteinander setzen. Aber es ist halt so diese Safran-Note, die einem irgendwie den Baccarat Rouge-Vergleich gibt. Ne, ich finde, der ist floraler, also es sind mehr Blüten drin, er ist dunkler und dann natürlich die Safran-Note ist da, aber der hat auch für mich jetzt so vom Streifen her auch noch wieder so ein bisschen mehr Konsistenz und ein bisschen mehr eine Basis. Baccarat Rouge ist irgendwie süßlicher, verspielter und der Orodion ist ein bisschen kerniger. Ja, ich bleib dabei, Mann. Ich finde den Orodion wirklich noch ganz gut so. Hab ich auch in dem Video gesagt. Aber wie gesagt, also wenn ihr diese, wenn ihr die Düfte miteinander so Probe riecht, AB riecht, dann werdet ihr das nicht, werdet ihr da keinen, also werdet ihr denken, okay, das sind halt nicht verschiedene, also die sind halt schon sehr verschieden voneinander, die Düfte. Aber so von diesem ganzen Duftwolken-Thema her wirkt es schon ähnlich. Wie findest du den Aqua Celestia Forte und den Amyrus Omex Treff von MFK beziehungsweise was sind deine Top-MFKs? Ich bin an einem Top-10-Video dran von der Marke. Ich hab schon ein bisschen was getestet, aber noch lange nicht alles und ich bin da dran. Amyrus fand ich ganz nice, aber diese ganzen Aqua Vitae, Aqua Celestia, die waren schon sehr, sehr mainstreamig. Also klar, MFK jetzt so im Vergleich, die günstigen Düfte von dem sind auch wirklich noch so in einem Bereich, wo man denkt, okay, das kann ich für einen Duft jetzt ausgeben. Deshalb finde ich das okay. Also wenn ich das jetzt mit Frederik Malz zum Beispiel vergleiche, Frederik Malz ist viel, viel teurer und viel, viel mehr Geld. Masculin Pluriel hab ich tatsächlich nicht so sehr gemocht. Den fand ich irgendwie ein bisschen zu langweilig. Aber ich muss die nochmal alle testen. Muss die nochmal alle testen. Genauso übrigens MyG mit Ischk oder mit Anfass. Ich hab noch nicht viel von denen getestet. Der Ischk ist der erste, den ich von denen getestet habe. Amyrus war schon grenzwertig mainstream für mich. Ja, das kann ich ehrlich sagen. Ist bei mir auch so gewesen. Nee, aber ehrlich, Leute, Orodion, gutes Ding. Gutes, gutes Ding. Ich hatte überlegt, ob ich den wieder verkaufe. Wenn wir jetzt gleich zu meiner Parfumsammlung kommen, wie viel Zeug da drin ist. Und auch ich merke einfach, das ist für mich auch immer so am Ende vom Jahr ist das auch immer so ein ganz, ganz wichtiger Moment, wo ich dann überlege, so ist das wirklich sinnvoll, so viele Düfte zu besitzen. Weil ich bin der Meinung, das kann man jetzt finden, wie man will, man braucht nicht so eine riesen Parfumsammlung. Also klar, ich muss immer wieder neue Düfte, oder was heißt ich muss, aber ich hab mich dazu entschieden, diese YouTube-Geschichte zu machen. Und das beinhaltet natürlich irgendwie, dass man immer mal wieder neue Düfte testet. Aber ganz ehrlich, ich find's extrem wichtig, dass man auch immer mal wieder aussortiert und so ein bisschen guckt, dass man auch mal ja, neue Düfte testet und die Sachen einfach auch irgendwie raushaut. Ich glaub, mit dem Verkaufswert von deinen Düften könntest du dein Haus auf Sylt kaufen. Ähm, nee. Das glaub ich nicht. Und ganz ehrlich so, ich seh hier grad, Geschenke verkauft man nicht. Das stimmt, absolut. Aber ich finde, man muss halt auch einfach, man muss halt auch einfach wirtschaftlich denken und kann nicht immer jetzt da groß, ich bin auch kein Fan davon, Geschenke zu verkaufen. Ganz ehrlich so. Aber warum soll der Duft nicht wen anders glücklich machen, der mich vielleicht gerade nicht glücklich macht? So, das ist doch einfach Verschwendung, so, weißt du? Finde ich. Aber naja, das muss man immer handhaben, wie man möchte. Behalte auch Geschenke, die ich bekomme, so. Keine Frage. wie man will.